Kommen wir hier nicht weiter? Ah, so kommen wir weiter. Dann fuhren wir erstmal hier rüber. Das ist doch schon mal gut. Was können wir mit dem Boot alles noch machen? Oh, wir können hier rumfahren. Ob wir uns das wirklich weiterhelfeldet, weiß ich nicht. So, jetzt kommen wir da hinten rein. Zu drüben brauchen wir, glaube ich, nicht fahren. Da müssten wir ja eigentlich schon alles haben. Das Ding haben wir ja aufgesprengt. Also ist bloß noch da drüben interessant. Da könnte noch was drin sein. Ich puste schon wie verrückt. Hey, ihr, hier oben. Wird ihr bitte so dankbar, mich aus diesem Käfig zu beschreiben? Wollen wir doch gerne. Oder erstmal genau hier rum. Mal schauen, was hier außen noch immer so kommt. Mal schauen, was hier außen noch irgendwo so kommt. So, ist ja gar nicht mal so schwer. Die Frage ist, wie kriege ich das Tor hier auf? Vielleicht, wenn ich alles weggebombt habe. So weit, so gut. Da ist auch alles frei. Ach guck mal, hier haben wir doch noch. Das Weltraumtor ist offen. Ich wiederhole, das Weltraumtor ist offen. Ah, das wird jetzt nicht. So, haben wir alles abgeschossen. Dann können wir vornherein. So, der ist auch geschmolzen. Jetzt wüsste ich aber nicht, wie wir hier weiterkommen. Wir können ja nicht an den Land gehen. Das heißt, wir müssen da rüberfliegen. Und dazu müssen wir uns erst mal wieder zurück verwandeln. So, ja, wir werden zurück. Da können wir jetzt gleich rüberfliegen. Aber zuerst gehen wir hier unten rein. Denn da haben wir ja auch frei gemacht. Mal gucken, was uns heute wieder erwartet. Und dann können wir immer noch die Insel machen. Ja, wie erect... Hier sind die Insel. So, das sad. Oh, das war nicht. Ich kann mich auch nicht, wie ein Bein. Ich wollte es gerade aktivieren. Aber okay. Die Stelle ist so frech, aber ich will da eigentlich nicht rollen, weil das so schmal ist. Das ist trotzdem mein Problem. So, jetzt erst mal. Jetzt sterben alle hier. Jetzt komme ich da nicht rein. Erst mal wieder aufladen. So viel Zeit muss sein. Dann können wir gleich weiter. So. Okay, dann haben wir uns gerade noch mal gerettet. Sonst wäre er vorbei gewesen. Ist hier irgendwas, was ich jetzt übersehen? Ich bin nicht sicher, ob in der Trommel irgendwas drin ist. Hey, ihr da. Oh, sicher. Wir sind gleich da. Zwar jetzt. Hey, Patri, wir haben die Herausforderung bestanden. Kannst du bitte den Käfig für uns öffnen? Klar, einen Moment. Ähm, das ist das erste Mal, dass das passiert. Sorry, liebe Leute. Ich habe wohl noch ein Käfig, aber geht einfach nicht auf. Tja, was machen wir dann? Müssen wir dich einsammeln? Ich könnte versuchen, mich durch die Gitterstelle zu zwingen. Warte kurz. Na, sowas. Es hat geklappt. Soll das heißen, in Pages hätte die ganze Zeit durch die Gitterstäbe gepasst? Ihr müsst das verstehen. Und da drin ist es ziemlich bequem. Natürlich. Ich will doch jedenfalls noch was pfeifen. Ich weiß bloß nicht, wo sie ist. Aha, da ist es. Ich habe mal eine Batterie gefunden. Kann man ja mal machen. Ach nee, da unten sind bloß drei Batterien. Ich dachte, da ist noch ein geheimer Weg. Aber da muss irgendwas sein. Denn wir können hier runter. Ja. Aber wofür ist das sonst gut? Ich habe keine Ahnung. Deshalb verschwindet er jetzt einfach wieder. So, und jetzt können wir ja eigentlich das noch zur Insel rüber fliegen. Und hat die Dinger hier halt drüben einsam. Das ist der Klinge da unten. Danke nochmal fürs Auftauen. Wenn ihr diese Welt erweitern, können wir gemeinsam ein Abenteuer schaffen. Okay. Also das geht jetzt noch nicht. Dafür können wir aber nicht mehr hinkriegen. Hallo? So. Ich nehme hier die Federn ein, sondern nicht die Pages. Die sind nämlich auch nämlich unwichtig. Ich. Reicht das Schluss? Das weiß ich das nicht. So. Jetzt hast du mir gedacht, dass wir jetzt schon wieder genannt haben. Das ist gar nicht mal so einfach, alle im Überblick zu haben. So. Ich flieg mal ganz kurz dahin. Dann erkürzen wir das ganze Ding hier nämlich ein bisschen ab. So. Jetzt müssen wir alle haben. Das heißt, wir können rüber zur Insel. Ich weiß nicht, ob es hier auf dem Weg noch irgendwas gibt. Aber ich glaube nicht. Ich würde lieber nochmal nachsehen. Nein. Hier gibt es nichts. Okay. Hier brauchen wir nochmal das Boot. Okay. Hier geht es mal. Gir gleich. Hier geht es mal. where ARE youихirys?